Hier, geh mal auf die Treppe hier vorne am Haus. Ich weiß gar nicht, warum wir mal auf den Holzmieten-Dings gesprungen sind. Hier vorne hier. Hier ist extra eine Treppe. Da stellst du dich rauf und dann hüpfst du mir auf den Motorhaus. Und dann aufs Tor. Oh, 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 stopp, 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 stopp. Ja, ich hab gehört, holp. Ey, das geht wirklich besser, ne? Ich wollte gerade sagen, jetzt liegt, jetzt, äh, hast du schon, will. Willst du die Liegedinger erst machen oder die Stehinge? Ich sitze, ich stehe? Ich liege. Kannst du noch weiter vorkrabbeln? Ja, wir machen erst mal das Liegeding. Das ist schwieriger, glaube ich. Sag mal, wo fahre ich eigentlich alles? Ja, wo bist du? Wir stehen genau auf hier. Ich bin zu besuchen. Eine Ewigkeit später.